Seit Jahrhunderten werden Heilpflanzen in Form von Tinkturen, Extrakten oder ätherischen Ölen bei gesundheitlichen Beschwerden eingesetzt. Sie enthalten medizinisch wirksame Inhaltsstoffe, so wirkt beispielsweise Fenchel schleimlösend, Birke wirkt unterstützend auf die Harnwege oder Tragandwurzel hilft bei allergischen Symptomen. Wichtig ist, bei pflanzlichen Arzneimitteln auf geprüfte Qualität zu achten. Diesen Service-Tipp widmet Ihnen der oberösterreichische Arzneimittelgroßhandel in der WKO Oberösterreich.